so wie bei dir das ist so eine artige Sicht, Alter ja, sorry, ja aber bist du nein, das interessiert mich wirklich, woher das kommt also bist du so angestrengt beim Reden, dass du dass du da irgendwie dann so Spannung auf deine Stimmbänder tust und das dann so manchmal einfach crackt was tatsächlich gut sein kann, ist ich schau gerade böse nach unten, ich hab gerade einen sehr weirden Winkel ich schau mehr oder weniger straight an meinem Körper runter nein, aber wenn man nach unten schaut, dann wird die Stimme doch tiefer nee, das drückt ein bisschen auf den Kehlkopf bei mir dann wird die Stimme doch tiefer ja, also wenn ich nach unten schaue und sonst ich rede tatsächlich halt weniger monoton, würde ich sagen, also ich variiere mehr in hoch und tief aber das liegt einfach an meiner Stimme also du variierst mehr nach hoch und hoch also ich hab generell nicht die tiefste Stimme, das ist auch klar das war nie ein Tag das ist geil das war so clean das war so viel